Wir befinden uns hier am Mittelmeer in der Nähe von Barcelona in Spanien. Spanien ist die Gemüse- und Früchtekammer Europas und arbeiten hier zusammen mit der Firma Casa Amelier. Das ist ein Handelsunternehmen mit 100 Jahre Geschichte, die modernste Technologien in der Produktion und im Anbau von Gemüse verwenden. Wir befliegen mit dem Falcon 8 mehrere kleine Gemüsefelder. Konsumenten verlangen umweltverträglichen Anbau, also Gemüse und Früchte ohne Schadstoffe. Und der Staat setzt immer engere Normen und Richtlinien, was die Schadstoffbelastung des Bodens betrifft. Zum Beispiel, wie viel Nitrat in den Boden reingelassen werden kann. Der Falcon 8 hilft dem Landwirt, dieses Problem zu meistern, indem er sehr präzise Flüge auf kleinen Feldern planen kann und dann unter Einsatz der Multispektralkameras wie auch der Thermalkamera erkennen kann, wie viele Nitrate im Boden sind, in der Pflanze sind, ob die Pflanze gesund ist, ob sie gut bewässert ist. Also verschiedene Parameter können in der Landwirtschaft sehr präzise Gemüsefelder. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020